ich habe getürftet auf jeden fall muss hier noch eine rei hin und hier ich sehe jetzt schon meine ganze fachbar ist voll mit dem hier ja jetzt kommt noch eine hülle drumherum ich schicke mal sagen ich könnte das als prototypen gelten machen das ist einfach nur ein hässlicher klotz welches meine savage kanonen station hier gerade ich arbeite hier ich arbeite hier mit ecken und kanten jetzt schon das macht das mache ich halt ich muss mir erst mein design überlegen noch bis zum nächsten mal das ding ist einfach jetzt nur dazu da mal im planeten zu zeigen wer hier der boss ist ganz offensichtlich wir stelle eine rekordzeit auf in sachen planeten abbauen ich habe noch ein paar trust oder ja natürlich brauche ich auf jeden fall eigentlich nicht aber genau ich habe eine trust von 150,3 also du kommst um einiges schneller als ich auf höchstgeschwindigkeit ich merke nur grad ich habe zu wenig energie für alles was ich hier drin habe das ist natürlich schlecht dann ja ok das scheiße ach so 15 am sonne musste hier zusammen oder eigentlich schon warum hier einfach noch ein paar energie generatoren außen hin als ob die mir jemand wegschießen könnte ja gut könnte schon ich muss erstmal durch mein schild durchkommen wie viele schilder sind jetzt dran ich habe keine ahnung auf jeden fall nicht ausreichend genug antimaterie kanon ich habe sogar noch zwei kanone übrig das ist natürlich blöd aber ich habe jetzt genug energie dann halt stehen bleiben schild generatoren waren gibt es überhaupt noch automatisch wenn du drauf schießt geht es automatisch ausd cockpits kaufen jede menge so das brauche ich jetzt ja ich sagte das brauche ich jetzt shoppen das brauche ich jetzt außerhalb puls ein radar jammer aber dann sehe ich dich halt auch nicht mehr glaube ich ja ne das brauche ich nicht was ist das brauche ich das was ist das brauche ich das nicht warte auf antimister antimaterie kanon gibt es gar keine mehr echt? ich habe keine gekauft dann gab es die wohl gar nicht diese gravity unit ach du brauchst ein block gravity unit und dann hast du ein feld frei oder wie? dass du auf dem ein feld gravitation hast keine ahnung ich weiß nicht aber was wir vielleicht tun sollten ist hier siehst du diese rot grünen blöcke die da an der am shop dran sind ich habe unseren spawn da ist jetzt nachher wenn wir fertig sind achso das können wir sie machen der team hat gekauft ein paar türen gekauft die waffensysteme sind auf eins vielleicht können wir auf zwei schauen wir mal es ist hart ok was können wir sonst noch kaufen ein bilder eine log kaufe ich mir jetzt einfach noch ein paar äh die die äh weißt du was sie bringen? ja dann muss ich nicht ins cockpit ran um was bauen zu können genau ich weiß die brauchen wir auch nicht sd cockpit ich kann auch noch zwei hier aber das ist herrlich ein faktionsmodul Mist jetzt bin ich ausgestiegen das wollte ich nicht sd power tank increase the maximal power capacity hm das wäre natürlich praktisch es sind neun stück da soll ich vier, du fünf? äh warte mal hab ich überhaupt Platz? ich muss jetzt mal gucken ob ich überhaupt noch Platz hab ah ich könnte hier noch was reinbauen tatsache ich habe hier oben noch Platz also ich baue es in meinem aktuelles grad nicht ein ich muss erstmal mit warte mal fliegen dafür brauche ich keinen beim schießen komme ich auch noch hinterher ne ich brauche eigentlich keinen ich hab genug ja gut dann brauche ich einfach erwende welche brauche ich ich habe es jetzt mal aufgehofft weil es hier bloß ein paar stück davon gibt sooo jetzt fehlt hier unten noch ah das waren die grauen Sachen ne ich wollte ja ich wollte schwarze Sachen haben verdammt da fehlt mir genau eins ach dankeschön na egal das brauche ich blaue Sachen kann man auch 6,9 oder 7 hab ich noch ach ich habe keine kanten mehr ach ich habe keine kanten mehr egal ich glaube ich bin fertig das habe ich getrun so ich habe ein ganzes stück mein ganzes zeug mal hier mein inventar ein das war der shop noch irgendwas wo man sagen könnte hey das brauchen wir jetzt blau ach gehärtete hölle könnte man auch verkaufen 4.500 ordentlich teuer ich habe mein komplettes schiff besteht jetzt nur noch aus gehärteten Müll blauslicht gelbes licht ah richtig ich habe ja noch bobi AI module hm weißt du was wir brauchen wir jetzt einmal hier hin ah und du kannst nur ein ah ok du kannst nur ein AI modul an dein schiff ran bringen ok dieses modul bedient einfach mal die raketen hier unten scheiß auf nur ein einziges ok hä inkompatibel hm wie konfiguriere ich das jetzt ah AI config ah aim at selected target ship ship turret active ja ok scheiß drauf das alles rein wo man nachher weiter das wissen was dann muss ich jetzt einmal aussteigen hm so und wo muss ich ja nicht muss bloß an diesen kum bobble da dran oder ich glaube ich aktiv ich versuch es gerade auszufinden einfach nur hingehen meins ist so verdammt hässlich das ist der wahnsinn selecte target was wir machen könnten ist ich habe jetzt ein bisschen plexiglas das komme ich noch kurz hin bauen ok ich habe es jetzt aktiviert und als target habe ich selected target und dann turret also ich habe jetzt keine ahnung mit was das schießt und wie aber hauptsache schießt irgendwie so hauptsache schießt irgendwie so auf jeden Fall hinterher dein Schiff schaut wesentlich schöner aus als meins ey überholst du mich hier gerade nö oh ist das noch ein ist das da hinten noch ein shop da ist was rotes da ist noch ein shop das ist ein roter planet ja das ist aber ich will jetzt erstmal diese oh nein ich bin ausgestiegen was warte ich halte den Schiff auf es ist okay rammes rammes bitte äh ganz langsamer ja ich komm näher kacke ich wollte anvisieren und bin dann auf R gegangen anstatt auf F ok ich glaube ich habe es aufgehalten ja ja es ist aufgehalten oh Gott hm brauche ein bisschen wirst du denn seh dich gar nicht ich bin ganz nah 150 Meter nur noch ach 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 scheiße oh je stell ich mir vor das ist das ist mir schon mal passiert wo ich alleine gezockt habe oder angetestet habe das ist kacke kommt wird die antriebe brennen immer noch hinten naja ich glaube immer wenn du dich ein stück bewegst brennen sie halt ne ist ganz dumm ich glaube ich baue das so ein bisschen auf wie die dragnot klasse aus sag's mal homeworld den schiffst du schiffst gedünst fand ich immer recht cool bei denen mit diesem gigantischen antrieb hinten dran ich habe das eigentlich nur eine kanone mit einem antrieb hinten naja wo ist denn jetzt der hier richtung da wo siehst du den shop in die richtung musst du gucken so hier im wendekreis ist auf jeden fall verdammt schlecht kann ich mal c drücken so ok bin wieder auf kurs oh das werden immer mehr planeten da mein gott ist in die richtige richtung geführt auf jeden fall da haben wir unseren spaß oh 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 ich sehe piraten eine gruppe piraten da siehst du hier mit piraten oh 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 ja sollen wir kämpfen oder sollen wir weiter fliegen flieg weiter alter was willst du denn ok das sind 5 oder so ich flieg direkt auf unser zwingenssystem zu piraten 1,2,3,4,5,6,7,8 ich hoffe die greifen jetzt nicht an ah ok der große gelbe ist anscheinend am nächsten weil der kleine weiße ist dahinter und ja sieht der ist weiter weg also ich flieg jetzt mal auf den großen gelben zu mach ich auch gerade planet jetzt sind es nur noch ein paar 6 kilometer ok set 1 kilometer 1,2 1,1 ach dort oh ja das ist schon so nah ich bin deinem stand system oh ja es baut sich auf ich sehe dich ich sehe dich ich sehe dich oh tatsache oh mein gott rückerzgang oh gott wir stürzen direkt drauf zu nein ich flieg noch ich flieg noch mir gehts gut mir gehts gut nein 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 stürze oh gott au 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 wir werden gerade angegriffen oder? ja ich werde angegriffen ok ok das kann man so nicht auf uns sitzen lassen fixe hänker so den mach ich vielleicht nimm das du runter weil hier lässt sich ja gar nicht vergiss es ich dann es sind aber auch nur zwei ja ja aber ich richte schaden an oh ja komm schon wir brechen jetzt durch drei sind es komm schon ich richte meinen raketen rauch aus ouch ouch die schilder sind durch die schilder sind durch du musst hier weg kacke ähm ich habe so ein bisschen Schaden genommen ok seine schilder sind unten meine raketen schlagen gleich alle bei ihm ein boah drei raketen hat er jetzt gerade abkriegt ich muss mal ich muss mal gerade eben was tun gegen meine schilde wegen meinen schildern oh gott ich habe doch bestimmt noch irgendwo schild generatoren gekauft oder natürlich hier au misst meine schild sind auch so gut wie unten au 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 Dragon auch nur schulde so schauen wir wie viel das wirklich bringt ist ja schon tot der schießt noch auf mich und eigentlich wieder ausgestiegen scheiße wo ist mein schiff das schiff haut ab mein haben ist da und wozu ist überhaupt gut keine ahnung und die raketen hauen echt überall zum glück beschäftigst du sie gerade so gut du meinst ob ich mich auseinander nehmen lasse ja okay der eine überheizt schon den ein habe ich aus auseinander genommen okay ich bin wieder an meinem schiff dran ja das ist massiv schaden hat er angerichtet hier so ich bin schon wieder ausgestiegen also du bist so nutzlos ist der wahnsinn moment jetzt habe ich es habe ich feil ihn an ist er überhaupt noch als feind deklariert okay sein kern ist weg ich kann ich bin ausgestiegen ich habe mir den spawn nicht auf den punkt gesetzt ich hätte das ist noch gemacht oh komm schon bitte ich aber ich fliege jetzt gerade in der kamera um den planeten rum und durch den planeten durch irgendwie ich bin ich auf diesen scheiß ist mein schiff noch da ja es ist noch hier kann ich dann zu ihm fliegen das ist kein problem komm schon komm schon ich muss ich muss kann man die knopfen irgendwie umbelägen nein ich bin tot verdammt